so hallo ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge iamalive wir sind hier immer noch im hotel und das ist so schwer das ist einfach so schwer man 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 ich sterbe natürlich schon wieder die ganze zeit hoffentlich schaffen wir das jetzt endlich ich werde drei kreuzzeichen machen ach mein gott vom bescheuert okay das bist du verdammt verdammt jay Okay. Sag bloß, ich hab's! Juhu! Aber da waren doch drei insgesamt, oder? Ja, super. Oh Gott. Wenn man in den letzten Folgen gesehen hat, hat man wahrscheinlich gesehen, dass ich tausendmal gestorben bin. Wir haben's, wir haben's. Jetzt schau ich mich aber erstmal ganz kurz hier um. Eine kann ich nicht, okay. Was? Ich bin nur hier. Ich bin nur hier. Ich bin nur hier. Ich bin nicht sehr, ich bin schon hier. Ich bin nicht mehr近. Ich versuch nemen mich nicht. Ich bin nicht mehr darauf achte, zu mir. Hey! Ich schaube dich, okay? Kein Problem. Wer bist du? Ich bin eine Freundin. Ich bin nicht mit meiner Freundin. Ich bin mit May. May? Mein Diefst? Karte aktualisiert. Missionsziel. Gut, ähm, wo bist du denn, Schätzchen? Konserve. Boah, Mann, das hat mich jetzt echt den letzten Nerv gekostet. Manchmal finde ich es schon echt schwer das Spiel. Weil du gleich so viele Gegner auf einmal hast und das ist nicht ohne. Ähm, ich hoffe, dass wir jetzt niemandem begegnen, weil ich nämlich gar keine Patronen mehr habe. Nur noch ein Pfeil. Okay, ich glaube, das hat seinen Grund, warum ich jetzt vier Patronen gefunden habe. Vorher war es eigentlich leer. Aber man weiß es nicht immer so, gell? Und hier war es doch eigentlich auch offen. Oh, oh! Wow, wow, wow! Scheißdreck! Jetzt weiß ich auch, warum da jetzt zu war. Da ist jemand gekommen. Hm. Na gut. So. Von wo kamen die denn jetzt? Ah. Oh nein! Oh nein! Oh nein, noch einer! Oh nein! Oh nein! So. Yay! Panzerbeste. Ich weiß nicht, ob ich meine letzte Pistolenmonie dafür ausgeben sollte. Wo bist du? Das heißt, ich soll jetzt auch vorgehen? Ich bin doch auch nur ein Mädchen. Wo bist du denn? Kann ich mit dir reden? Nee. Aber wahrscheinlich sollte ich auch erstmal abchecken und dann kommt sie. rein. Ich will da gar nicht rein. Achso. Jetzt kommst du. Das gibt's doch gar nicht. Mann, Mann, Mann. Kann man auch nichts finden? Ah ja. Oh, wir sind da. Schön. Ach, wie beruhigend. Das heißt, wir müssen da runter, oder? Schaut fast danach aus. Schaut fast danach aus. changing the magic. Ich weiß nicht. Wir gehen hier im Hintergrund. Und dann können wir hier mal nicht drehen. Das ist ja auch für mich. Also für mich geht das da hin. Ein Soda-Getränk aufgewogen. Ja, ja. Mach ich schon. Immer mit der Wohl, meine Liebe. Bin ich froh, wenn wir wieder zurück in der Wohnung sind. Äh. Treffe ich den jetzt? Ja. Wie viele kommen da? Ah, da ist noch einer. Ach, du ergibst dich? Genau, ich habe den richtigen abgeknallt. Wunderbar. Attacke? Oh, soll ich die? Ich weiß nicht, bin mir nicht so sicher. Was passiert denn, wenn wir den jetzt nicht attackieren? Hm, nee, ich lasse den mal. Vielleicht kriegen wir da irgendwas. Ach, ich weiß auch nicht. Da habe ich doch was gerade gesehen. Hm. Hey, wie kommen wir denn da hin? Mal schauen, wo wir hin müssen. Sind wir jetzt da richtig? Nee, eigentlich sind wir überhaupt nicht richtig. Wir müssen da hoch. Aber wir können trotzdem mal hier runter gucken. Und wie haben wir in Haventon gehalten? Wir können nicht weg. Mäse Vater war verletzt und nicht mehr verletzt. Ich konnte nur nicht selber bringen, um ihn hier zu sterben, um seine eigene zu sterben. Nachdem er sterben, wir haben einfach nie die Möglichkeit, um rauszukommen. Kiedy werden die Leute angefangen, um die Stadt zu verlassen? Das ist die Ache-Kleude, die wirklich auf die Leute hier verletzt hat. Die Leute können nichts tun, sondern auf die anderen zu gehen, um auf die Vögel zu gehen. Vielleicht sind wir doch gar nicht so falsch. Du bist zurückgekehrt. Ein Mann. By the way, ich helped Henry get the radio transmitter. Really? Das ist fantastisch. Das könnte endlich sein, um zu verlassen. You know, Henry used to work in Haventon's fire department before he lost the use of his legs. He was overseeing the department's dispatch and communication systems. He knows quite a bit about how people were dispatched around after the event. But you know, we hear all sorts of things about the remaining survivor camps and shelters. We're trying to leave Haventon altogether. His place is pretty well protected against quakes and dust. So we hid there until we could find a way out. Maybe he could help you get some useful information. Thanks. That would be really helpful. So, jetzt haben die beiden mal ein bisschen gequatscht. Warte mal ein bisschen Zeit lassen. Dass ihr das schön mitlesen konntet. Weil ich weiß nicht, ob man das so gut verstanden hat. Teilweise war es ja doch sehr, sehr leise. Ach, hier sind wir wieder. Ach, herrje. Ähm. Der wollte mir eigentlich helfen. Jetzt hat die sich umgebracht. Ich glaub's nicht. Was ist denn das für eine komische Musik? War das jetzt um uns ein schlechtes Gewissen einzureden oder was? Ich hab das dufe Gefühl. Ich hab ja schon ein schlechtes Gewissen. Ich kann nicht allen helfen. Ich hab das doch gar nicht understand. Wir sind da, wir sind da, wie schön. Ach, wie schön. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. So, dann werden wir jetzt mal ein kleines Feuerwerk starten, oder? Das machen wir in der nächsten Folge und freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid.